servus leute ich wollte euch heute mal noch mal ein schönes replay präsentieren kein besonderes vom schaden her aber ich muss sagen das war mal ein replay was spaß gemacht hat also random ist zwar zum größten teil manchmal ein bisschen kompliziert machen wir pause aber manchmal kann random auch spaß machen und das sind genau die spiele wo man dann halt doch immer wieder weiterspielt mit diesem spiel und das teamplay auch im random möglich ist gut haben wir die mini map etwas kleiner ich spiele sie immer gern groß überblick ist alles tundra ist im konk und keine besondere runde wie ich schon sagte aber geiles teamplay gedacht das zeige ich euch mal dass das auch noch möglich ist hier mit irgendwelchen zusammengewürfelten spielern entscheidend hier für die heavy ecke und ich sehe dass der krannwagen mitkommt geiler turm geiler reload drei schüsse haut glaube ich der typ raus oder die dame ich weiß ja nicht wer da drin sitzt t10 hat eine gute kanone habe ich gedacht gut okay fahr mal in die heavy ecke drüben beim hier drüben beim hill viel zu wenig panzer aber ich habe gedacht komm jetzt bleibst du an der linie treu du bist im heavy unterwegs du kannst ja nicht die flanken wechseln wie du gerade willst bis dato bis dahin alles soweit cool der t10 scheint ein paar tabletten geschluckt zu haben ich weiß nicht was mit dem los war etwas sehr mutig der gute der hill drüben sieht gar nicht gut aus dann habe ich gedacht wer ist jetzt fort dass sie dich dann den platz schlagen mit dem jagdpanzer im krannwagen hab ich dachte ne danke guckst mal ob du ein bisschen flanken kannst hier fuck the hill der war verloren ich hatte die hoffnung halt dass drüben was aufgeht dann habe ich den emil auf der brücke stehen sehen aber eben manchmal kann man auch von da gut rüber schießen zum hill der skoda t50 hat übrigens auch ein geiles spiel gemacht hier sind meine grille mr america und der hill war so gut wie gefallen also keine guten karten also wird die karte eh meistens verloren wenn du vom süden aus startest weil die panzer haben hier oft das problem wenn sie hier rausfahren können sie gut abgefrühstückt werden wenn sie hier raus fahren haben sie hier gleich deckung in dem her ist die karte ein bisschen unbalanced aber egal wir wollen nicht jammern der kranwagen und der t10 haben das denke ich auch gemerkt genau das sind dann der kranwagen zumindest umgedreht das hill war völlig verloren den habe ich nicht ganz verstanden aber gut man muss nicht alles verstehen sagt der kranwagen soll ihm folgen aber ich hatte eigentlich ein recht gutes schussfeld jetzt sind wir blind auf dem hill jetzt musste ich was machen runter gefahren und habe auf den t49 jetzt spekuliert nur kurz zum thema wir haben diese flanke also diese seite hier der gegner die seite hat eigentlich drei viertel von der map also sehr sehr schlechte karten der stritz steht da hinten noch drin wenn wir jetzt alle rüberrauschen wie der kranwagen hat er gesagt ich soll ihm folgen haben wir das problem dass wir hier völlig frei sind von der flanke her darum habe ich gedacht ich warte mal bis sie hier rüber pieken meistens fahren sie hier hoch und fahren dann darüber oder vielleicht kommt hier einer durch diese schlucht hier weil das ist problem wenn dann alle rüber fahren dann fallen sie uns hier noch in den rücken so denkt zumindest ein noob das gameplay fängt gleich an also das team play ist gameplay da habe ich gehofft aber der emil ist nicht weiter gefahren jeder kranwagen hier in seinem element die wollten hier glaube ich rumdrücken und da kommst du nicht durch bei dem tor dann haben wir das 277 t10 ich weiß nicht genau was seine mission war aber ich denke hat gedefft so habe ich gedacht komm 277 er war glücklich der schuss muss ich zugeben versucht vorne auf die backen zu schießen beim russen immer vorne auf die backen hier ist 7 277 wenn er sich wundert warum ich immer so hin und her wackele das ist beim konk wichtig sonst trifft er deinen cupola er ist nämlich so groß wie tante uschi die backe nein jawohl da saß wichtig ganz wichtig ist diese seite zu halten der kranwagen hat das spiel seines lebens da drüben der t10 hat sich entschlossen hinter mir auch mit zu spielen und jetzt kam die grille von hinten dann wird es ein bisschen heikel der skoda hat sich mal ein bisschen verpisst zu mir objekt 277 grille von hinten kriegt es gut besorgt unter atti fahren wir so ein bisschen in der zwickmühle jetzt haben wir einfach da haben die gut reagiert da habe ich einfach darauf verlassen dass die grille im griff haben jetzt kam mr america mit denen habe ich immer dicke probleme das ist immer ne scheiße das team hat gut reagiert da hinten ist auf die grille gegangen sehr gut gesehen es war auch ein team was so ein bisschen auf die minimap geguckt hat muss ich sagen das trifft man selten ohne dass es jetzt arrogant klingen soll gut jetzt hat man das problem mit mr america frontal ich hasse diese scheißdinger wusste ich nicht so recht gedacht okay probierst du es nochmal durch die tracks du kannst dem t95 glaube ich schaden machen wenn du da vorne durch die ketten schießt so jetzt war die grille tot und jetzt kommt das schöne teamplay das goda versucht hier rum zu fahren und den t95 zu frühstücken gedacht okay warte mal ab versuche ich ihn zu tracken damit die autoloader ihre arbeit machen können ich schreibe es dann glaube ich noch sogar in den chat rein ja das hast du gebraucht so feierabend gut das goda kam von hinten ich habe ihn auf track gehalten und die boys konnten ihren schaden machen ich habe es noch in den chat geschrieben und sie konnten ihn abfrühstücken ich habe ihn schön auf kette gehalten also ich muss sagen das war gut schön zusammengearbeitet einer trackt der andere frühstückt manchmal könntest du in den wald rausschreien und das versteht keiner in deinem random team aber der skoda der war recht schlau muss ich sagen der rest ist nur noch runterspielen seht mal ich habe vielleicht 1500 damage das lohnt sich kaum der rede ist kaum der rede wert aber es hat spaß gemacht dass man mal Leute im team hatte die mitgedacht haben echt wahr ich glaube ich gerade noch ein schüsschen auf den hier habe ich noch drauf gekriegt das war der beweis auch random spiele können spaß machen und jetzt muss nicht immer die sensationelle runde rausspringen sondern einfach wenn man teammates haben hat die die minimap beachten die ab und zu mal hier seht ihr das ding hier das ist die minimap ab und zu mal drauf gucken was passiert auf dem schönen spielfeld und der eine trackt und die anderen die autoloader nehmen ihn dann raus weil an mr america hätte ich mir frontal die zähne ausgebissen und kranwagen ist rüber gefahren war in seinem element hier hinten ich glaube der hätte fast 6000 damage ja und somit haben wir die runde gewonnen obwohl es zeitlich zwischenzeitlich hier ich habe ja gesagt drei viertel der map ganz ganz schlecht für uns aussah so sieht man dass wieder mal gutes teamplay gewonnen hat gut die nächsten tage bringe ich wieder ein zwei replays geil auf youtube müsst ihr auch mal gucken aktiviert die glocke wenn ihr wollt könnt ihr gerne abonnieren bis die tage Leute ciao ciao